Musik Die Kultur ist da. Wir leben Integration und Kultur gemeinsam und denken auch mit dieser Aktion an die Menschen in der Ukraine und positionieren uns auch hier in der Kulturmetropole Düsseldorf ganz stark an die Seite der Künstlerinnen und Künstler in der Ukraine. Musik Es ist ein sehr ernstes Thema, es ist ein sehr großes Thema und ich meine, jeder der irgendwie mit anpacken kann und mithelfen kann und ein Zeichen setzen kann, ist glaube ich jetzt gerade wahnsinnig wichtig. Die Botschaft ist glaube ich die, die JR ja auch verfasst hat, dass er sagt, dass man sieht, wofür die Leute da kämpfen. Und einmal ablegen und vielen Dank, Applaus an alle, vielen Dank. Also ich glaube, dass wir damit zeigen, dass wir zusammenstehen, dass wir in Gedanken bei all den Menschen in der Ukraine sind und ja, dass wir einfach an sie denken und ja, so irgendwo, obwohl wir nicht direkt vor Ort sind, aber trotzdem Teil irgendwie des Geschehens sind. Musik Musik Musik